Servus Freunde, hier ist der Husni Aschraf. Ich bin gerade hier in Hannover Hauptbahnhof. Das hier ist die MJ. MJ, hast du was zu sagen? Wir fahren jetzt nach Mitten. Wir fahren jetzt nach Mitten-Westfalen und zwar heute wird gezeigt, was man so YouTube-Para machen tut. Also eine Art kleinen Vlog-Video. Ja, wie gesagt, YouTube läuft, Para läuft. Deswegen zeige ich euch mal so ein paar Kleinigkeiten, Freunde. Seid gespannt. Seid gespannt. Bis denn. Leute, jetzt sind wir hier im Zug. Ich und die MJ. Auf jeden Fall, Leute, sind auf dem Weg nach Mitten-Westfalen und sind gerade hier in Wunsdorf angekommen. Ja, heute wird auf jeden Fall eine geile Sache gekannt. Auf jeden Fall YouTube-Para läuft, Leute. Auf jeden Fall will ich euch sagen, Mitten wird rasiert. MJ, willst du noch was sagen? Ich hab nichts zu sagen. So Leute, wir sind jetzt im Taxi. Wir gehen jetzt... Wohin gehen wir? Rolex. Wir kaufen uns eine geile Baba-Uhr. Ich würde mal sagen, YouTube-Live, Dika. Läuft. Lass gleich. Servus, Freunde. Wir sind hier gerade im Laufer. Also da, wo Rolex und sowas, Uhren und so. Wir haben uns jetzt was gekauft und packen es gleich aus Sigi. Servus, Freunde. Wir sitzen hier gerade im Zug und fahren jetzt wieder nach Hause. Und zwar geht es wieder nach Hannover. Und ja, MJ, sag mal was. Wir machen jetzt ein Pack-Opening. Pack-Opening. Das heißt... Hier ist die Box. Hier ist die Box. Wisst ihr, was das ist? Seht ihr das? Wir machen es langsam, langsam auf, okay? Langsam, langsam. Ich würde sagen, ich mache es jetzt auf. Uh. Das ist das Buch. Das Büchlein. Das Büchlein. Auf jeden Fall das Büchlein. Ja. Leute, schaut euch mal das kleine Obststück an. Seht ihr das? Das ist doch mal geil, oder? Ey, das sieht nicht geil aus. Das ist pervers. Ich ziehe es jetzt sofort mal rüber. Ja. Das habe ich mir heute gegönnt auf jeden Fall. Und zwar will ich nicht sagen, was die gekostet hat. Auf jeden Fall sehr, sehr teuer. Und zwar ist das ein Dayjust von Rolex Noah. Richtig nageneu. Modell 2016. War 14 Tage im Laden. 14 Tage erst im Laden. 14 Tage. Mit Diamanten bestückt. Mit Diamanten. Sieht man das so ein bisschen? Warte, so. So, ja, ja. Oh, das nennt man YouTube-Para. Läuft. Läuft YouTube-Geld und so. Nein, Leute, Spaß. Das ist kein YouTube-Para. Hat seine Vater nicht spendiert, ne? Einfach Wertanlage. Richtig. Als Wertanlage ist die gut. Verstehste? Ich will die ja nicht sofort verkaufen. Ich denke mal so circa nach ein, zwei Jahren. Ja, Leute, ich hoffe, die Uhr gefällt euch. Ne? Wie ihr sehen könnt. Eine Rolex Uhr. Sieht Papa aus, oder? Hammer, Alter. Ich hätte ein Gold. Stahlgold. Ja. Ich würde sagen, Siggi, es ist soweit. Ich mach das so. Hätte ich noch ne Wasserpfeife gehabt, dann hätte ich euch das noch gezeigt. Aber leider nix da. Ja, MJ, sag doch mal was, ey. Das war's mit dem Vlog, oder? Ich würde sagen, ja, das war's mit dem Vlog. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, hinterlässt einen Daumen nach oben. Und abonniert meinen Channel und MJ-Channel. Die kennt ihr schon bereits. Ich würde sagen, einen guten Rocher für euch. Hopp rein. Peace. Ciao. Ciao. Ciao.